Ach so, als nächstes spielen wir noch ein fröhliches Stück, weil das Ballett kommt. Ihr wartet doch schon lange auf unser Ballett. Und nachdem es ja so ist, wir sind ja sozusagen eine Studentin und Studentenband. Und keiner von uns hat schon wirklich mal Geld verdient oder geschafft. Und so stellt sich zum Beispiel unsere Mädels vor, wie es ist zu arbeiten. Kein Wunder, dass sie nichts schaffen möchten. Ja, unser internationales Spezle-Ballett mit Brass Machine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Musik 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 Herzlichen Dank, das war Press Machine mit unserem internationalen Spätzleballett. Ja, hier kommt größter Beifall aus dem Publikum, unser internationales Spätzleballett. Ja, das ist doch was. Ja, und das erzählen wir wahrscheinlich jedes Jahr und jedes Jahr stimmt es wieder, dass wir erst auf Tour waren, dass es so wunderbar ist, auf Tour zu sein mit der ganzen Band und selbst auch das Ballett war dabei.